Musik 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 Jaja was da du es hier Leute hier ist wieder der Benni und der Haubner von den 2 Epic Buddies zu einem neuen Video von uns und heute gibt es eine neue Challenge Wir wollen heute nämlich AIMEN ohne die Maus zu benutzen sondern alles mit der Tastatur machen das heißt wir haben uns die Steuerung so gelegt dass wir mit der Tastatur AIMEN und auch schießen natürlich müssen Und ja das ist heute unsere Challenge Da wollen wir natürlich gut abgehen und ich glaube Was ist unser Ziel? Positiv gehen oder wie? Ja heute schaffen wir es mal dass wir positiv werden Ok Dann würde ich sagen wir sehen uns gleich in der Runde Was ist los? Ich bin noch im Ladescreen So Let's go Oh mein Gott das ist so behindert Der Wovisierer Oh shit das ist auch möglich Oh mein Gott Mit dem AIMEN das wackelt einfach nur hin Wie schnell das aimt Ja Oh mein Gott da kommt ein Knife vorne So ein Bastard Oh shit Oh mein Gott Ich versuch's lieber aus der Hüfte Oh mein Gott Oh mein Gott Warum ist das so schnell? Und warum ist das jetzt? Oh ok Oh mein Gott was machen wir? Ich hab die Granate Ich hab die Granate zurückgeworfen Ich hab mich eigentlich verdrückt Ich hab mich eigentlich verdrückt Oh ja ich hab auch einen Kill Ja Oh shit Oh shit Oh shit Oh mein Gott stirb doch mal du Holzplatz Wichser Oder Hatz Oder Hatz Oder was sagen wir der Name ist Das ist bei unserem Spawn Oh shit jawohl Jetzt werden die Gegner getroffen Oh Geh mal langsam um die Ecke Oh Oh mein Gott du staufst bei den Kill up du Pisser Ich dachte schon ich hab einen Double jetzt Oh mein Gott So eine Mist gemacht Oh shit Ja ist tot nice Und der Knife Runner holt mich Nein der Knife Runner wieder Ja Nein Schreckiger Bastard Das Weglaufen ist so unmöglich ohne Spaß Nein Links von dir pass auf Oh shit Oh mein Gott Ich hab ihn zumindest noch gewischt Oh mein Oh 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 nein Wie viel das ist Wie hab ich den gekillt Oh mein Gott Ja komm dieser Knife Mann Der fuck mich einfach ab Oh shit Erste Runde vorbei 19 zu 19 und du hast 9 zu 15 Scheiße Mann Ja ist sie Mann Nicht ganz positiv Das wissen wir besser Ganz knapp 06er KD Und der hat 06er KD Oh der hat Zielsuche Guck ihn dir an Bastard Haben sie es jetzt nicht gerade einfach ja Ja Wenn die Map so groß ist Oh mein Gott Ich leg mich jetzt hin Ich drück die falsche Taste Oh ich hab ihn Oh dieser Mein Gott da kommt ein Sniper um die Ecke Und der wechselt dann immer auf Kart Der Snapper Der Snapper Hartzkopter Mann Guck ihn dir an Oh mein Gott die Campmalle Oh Oh Wie lange jetzt Wie viel der geschluckt hat war unglaublich Oh mein Gott geh weg von unserem Spawn Dieser Snapper Ich hasse ihn Das Level irgendwas Level 24 und hole mich die ganze Zeit Hör mich auch Oh ich hab ihn Komm Noo Duke 217 Er hat gleich nen Orbi oder so Oh Gott Die ganze gespawnt Oh mein Gott das ist so ein Trier 10-0 hat der Kannst nix dagegen machen Dieser Duke Ich raste aus Du kannst ihn nicht holen Dieses Nightmare holen Oh mein Gott das ist genauso nohin wie ich Komm Komm Ja Hab ihn Oh sie ist tot Er hol mich wieder Ich Ohne Scheiß Du dreckiger Hurensohn Oh ne ich blitzschläge Du dreckiger Hurensohn Er kommt von hinten der Snapper Ich fass schon Ich werd gespawnt Oh ne Aber ich hab Duke gekillt Ich hab ihn gekillt Er läuft jetzt bei der NRKD auch oder? Was ist los bei dir? Ah Scheiße Was ist los bei dir? Hm 13 Komm Nein Ja ich hab ihn 360 Oh Er hol mich wieder Ich suche ein Zorn Er hat das Spiel verlassen Sehr gut Ich würd sagen Ben Er hat zwar nicht geschafft Ah Scheiße man Uh Oh Duke gekillt Easy Snack Bleib drin Perfekte Posi- Ne Scheiße Okay Jetzt ist meine Runde vorbei Jetzt ist der So Leute Das war es mit der Challenge ohne Maus Wir sind zwar nicht positiv geworden Aber wir haben ein paar Kills gemacht Oder das muss sein Und ja Benny hast du noch was? Oh Sonst sehe ich kurz das, was wir heute bekommen haben, den Play Button, warte, sieht man den überhaupt? Spiegel so, jetzt sieht man den. So, perfekt. Den haben wir heute bekommen, richtig geil. Danke an euch auf jeden Fall nochmal für die 100.000 Abonnenten. Das Special kommt dann irgendwann mal. Ich sehe es selber noch nicht. Oh ja, ich würde sagen, Penny, Abschlusswarte. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, spritzt den Like Button ab und schreibt dem Wichser deine Nachricht, der mich die ganze gekillt hat. Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.